Willkommen zurück, Leute, zu The Walking Dead. Ich hab mich ein bisschen schlauer gemacht, was wir machen müssen, weil ich hatte echt keinen Pall. Und ich befürchte, ich weiß es jetzt. Okay. Wir gehen hier durch die Tür. Ja, ja, es ist ja... Okay, wir können jetzt weiter vorgehen, das ist kein Stress. Okay. Okay, jetzt können wir mit dir reden, sehr gut. Oder kommt der von oben? Ja, es ist ja gut, es ist ja gut. Ja, es ist ja gut, es ist ja gut. Mark ist ja da, Mark ist ja da. Ja, okay. Ja, das ist ja gut. Don't move, asshole! Don't you fucking hurt him! Oh my god! Let him go, goddammit! That ain't gonna happen. Andy, don't get up! Ah, fuck it. Andy? Who the fuck do you people think you are? Look at what you've done! Hold that. Calm down. What for, huh? All we wanted was some goddamn gasoline! Und im Zweikampf. Ich hoffe wir es. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Oh, lass mich in Ruhe. Komm, Alter. Das ist echt nicht lustig. Das ist echt nicht lustig. Lilly, hilf! Ich bin Ruhe. acerca Spider.'" Das ist echt nicht lustig. Ich bin Ruhe. Du bist. Das ist ein Avengers. Ich bin Ruhe. Du bist. Du bist. Du bist. Komm Ey Die sind doch selber schuld Wenn sie so eine Scheiße bauen, oder nicht? Links, rechts, links, rechts, Alter He's had enough Is that all you got, Lee? You ain't shit It's over Fuck you As soon as they did, Mama get out of here You You're all fucked They're both dead What did you do? What the fuck did you do? Don't you dare walk away from me, Lee Get back here and finish this, Lee Komm, lassen wir die Walker Nein Noch ein bisschen Menschlichkeit Get back here and fight me like a man, Lee Er ist eh schon am Ende Lee Lee They're getting in Lee Let's go Los Arras Steins All right viel An Och Oh Mann, hey, das war ja wieder spannend. Wir hätten essen, ne? Ja, das ist richtig krank. Ja. Ich halte zu dir. Okay. Ja. Komm schon, Clementine. Blei, musst du diese Menschen töten? Ich bin sorry, dass du das gesehen hast, aber ich habe es nur um uns zu schützen. Weil sie versucht uns zu schützen? Ja. Okay. Hey, Dad. Was ist das Geräusch? Was ist das, die Alarmunlage oder was? Bisschen leise. Hallo? Kommt draus und schieße ich. Nicht schießen, wir wollen euch helfen. Nicht schießen, wir sind hier, um zu helfen. Was ist das Geräusch? Ich habe das Geräusch. Oh, was ist das Geräusch? Oh, was ist das? Ich habe das Geräusch. Ich habe das Geräusch. Es gibt eine Menge Essen und Anwendungen hier. Diese Essen könnte uns alle schützen. Nicht alle von uns. Schau, wir wissen nicht, ob diese Leute sterben sind. Wenn sie zurückkommen, dann sind wir einfach monstern, die aus den Wald kamen und verletzten ihre Leben. Diese Sachen ist nicht ours. Dad, welches Auto ist es? Schau dir nicht, Duck. Es ist ours jetzt. Es ist abandondert, Duckie, nicht mehr. Was, wenn es nicht? Was, wenn es nicht abandondert? Was, wenn es jemanden ist? Ja Leute, wir sind hier jetzt gerade an einer schwierigen Entscheidung. Aber ich würde mal so sagen, wenn das Auto offen ist. Aber es ist kein Blut, das wundert mich ein bisschen. Aber, wir haben keine Vorräte mehr. Und, wenn sich hier keiner meldet, wieso... Es kommt mir ein bisschen komisch vor, warum da keiner ist. Ist das ein Hinterhalt oder... Weil, also das ganze Auto ist voller Essen, wieso bleibt man da nicht beim Auto? Okay, man holt Benzin, aber trotzdem verregelt man das Auto oder so. Aber... Wir brauchen das Essen auch, also... Wir müssen das mitnehmen, Clementine. Wir brauchen das, Clementine. Wir brauchen es, um es zu überleben. Wer sagt, es ist deine Entscheidung zu machen? Hey, wir haben keine Zeit für diese Scheiße. Wie es oder nicht, wir brauchen das Essen. Jetzt geht es hier und öffnen den Trunk, Lee. Okay. Okay. Heckklappe auf und Vorräte mitnehmen. Maybe we will survive this after all. Duck, why don't you carry this? Okay. Supplies? I'll take it. Oh, ein neuer Pully. Oh, ein neuer Pully. More food in here. Got a box of food here. I'll carry it. This hoodie looks to be about your size. Why don't you hold on to this? It might get cold. It's not mine. Das gehört jetzt dir. Bewahre es einfach auf. Wir sind nicht wie diese Banditen. We're not like the Bandits, honey. We didn't hurt anybody to get this. Understand? I guess so. Hey, there were some batteries in one of those boxes. I thought they might work in your camcorder. Here. You can have some too. For your walkie-talkie. Batteries, huh? Think you can handle those? You're not gonna let me live that down, are you? Hm. Oh, God. Lee. You're gonna want to see this. Oh, shit. Ach du Scheiße, die wurden beobachtet. Ach du Scheiße. Jake, Bart, Linda and all y'all fucking sickos from the save lots. They call y'all bandits, but you're fucking rich. What? Oh, darling, baby, look at you. Look at you. Oh, you need a mama, sweetheart. We won't let them bandits get you, will we? No. Okay. Where's your hat? I don't know. Can you help me find it? Sure. When did you lose it? I had it a couple days ago. I promise. If I find it, I'll let you know. Y'all thinking you're safe? Sitting there acting like things are the way they used to be. The dead don't kill their own. It's the living you gotta be afraid of. The people I used to call friends. The people who just... Don't worry, little girl. And it's got their eye on that dairy. As long as they keep getting food from them, you'll be safe. I promise. Mann, is die durchgeknallt, ey. Wah. Das nächste Mal bei The Walking Dead. Making is done, pal. Ain't nothing left. We gotta get the hell out of here. Lee, I need you to back me up on this. Is this all you got? I told you this town is tapped. Do you have any idea what we had to do to get all that? We need to leave. Duck was asking about the farm last night. Not much faces. It's starting to add up. I need to get to the coast. Get him out of all this madness. Lily's not doing so good, huh? But we killed her dad. We did kill her dad. Maybe people out there got things lined up then. Better than us, at least. Could be folks who have all this shit figured out. Do people get mad when they're scared? Sometimes, yeah, they do. This is crazy. I'm the one keeping this group going. We can sort this all out, alright? We can sort this out. I'll tell you what we need to sort out. We can't let one person fuck this up for everyone else. Und das nächste Mal geht's weiter mit der dritten Episode. Der lange Weg. So, jetzt schauen wir uns nochmal kurz die Statistiken durch. Äh, Retta, David, das Bein abgehackt. 84% haben das gemacht. Oh man, ey. Befragung. Jolene erschossen, 12%. Echt? Hä? Hä? Was konnte ich dann sonst noch tun? Konnte ich hier ins Bein schießen oder so? Ah, ich hab nur die eine Möglichkeit gesehen. Sorry, dass es vielleicht noch irgendwas anderes gab. Aber ich hab nur gesehen, dass man auf ihren Kopf drücken kann. Okay, 12%. Ja, haben wir verkackt. Äh, was Praga, äh, Pragmatismus, äh, geholfen Larry zu töten? Einer... Ah, Leute. Habt ihr alle Larry so cool gefunden, oder was? Hecht? So viel... 69% der Leute waren für Lilly damit... Alter, ey. Seriously, bros. Okay. Rache. Bei The Sunshine Breeder umgebracht. 82%. Ja. Also... Hä? Ey, nach einer Zeit, da wird man wirklich so eine Wut, wenn man da bei solchen Leuten unterkommt, die denken... Wo du denkst, sie sind okay, aber sie sind's nicht, ne? Ach, man. Überleben. Lebensmittel aus dem Wagen gestorben. 55%. Ja, ziemlich ausgeglichen. Okay. Ja. Okay. Ja, jetzt kommt nochmal der Abspann von der Episode Hunger und Hilfe auf der Farm. Und ich muss schon sagen, eine Folge, da hab ich wirklich wenig, ja, von mir gegeben, weil es schon wirklich so, ja, echt traurig war, kann man sagen. Echt traurig, was die Leute so machen. Also in diesem Spiel. Wie immer, großes Lob an die Entwickler, richtig geiles Spiel. Ich freue mich schon auf die nächsten Episoden, die werde ich heute nicht mehr aufnehmen. Ich habe jetzt 6 Stunden aufgenommen, ich bin irgendwie ein bisschen... Ah, egal. Ähm. Ich habe Ferien, ja. Ihr könnt mir das bestimmt verzeihen. Genau. Ähm. Diese Folgen werden jetzt aber, kann ich jetzt mal sagen, weil jetzt kommt In- oder Abspann, werden jetzt aber ein bisschen später rauskommen, ich weiß nicht, vielleicht in einer Woche oder so, weil ich muss jetzt ein bisschen vorproduzieren, weil die Folgen doch schon relativ lange dauern, äh, ja, lang sind, 20 Minuten im Schnitt. Und das dauert seine Zeit, um das hochzuladen. Und ich will nicht in irgendwelche Engpässe kommen und dass ihr dann 2 Tage oder so nichts mehr zum anschauen habt, weil es ist schon... Finde ich doch schon ziemlich geil, wenn man das alles an einem Stück anschauen kann. Also nicht, äh, dass sich das alles an einem Tag hochlatt, sondern keine großen Unterbrechungen von einer einen zur anderen Folge ist, also immer so einen Tag höchstens. Genau. Ähm. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ich, ähm, also wenn ihr wollt, ich kann mir dieses, dieses extra DLC 400 Days, kann ich mir holen auf jeden Fall. Ah, ich gehe... Wie viel habe ich da gelesen? 4... Bis... Bis zu 4 Stunden? 2 bis 4 Stunden Spielzeit, also finde ich auch richtig geil. Hier nochmal die Leute, die mitgewirkt haben und nochmal die Copyright-Rechte und so einen Scheiß. Bis... Genau. Ich freue mich, dass ihr bei dieser Episode auch dabei wart. Ich hoffe, ihr stimmt mit mir überein bei manchen, ja, Entscheidungen und wir sind in dem Hauptmenü. Ich freue mich nochmal, dass ihr da wart und, äh, wir sehen uns morgen zu Episode 3. Ein langer Weg. Okidok. Bis dahin. Haut da rein. Seas.